Puh! Digger, Digger, ganz anders. Da können wenig deutsche Rapper mithalten. Nein, auf gar keinen Fall. Der Typ ist 13. Der ist 13, überleg mal. Der ist 13 und bringt so ein Ding aufs Paket. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute von Lidl Louis und Manuelsen Alarm. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn ihr einmal ganz fix den Abo-Button anklicken würdet. Aber ganz fix. Aber ganz fix. Aber ganz fix. Ich würde es auch feiern. Und dann könnten wir auch direkt in das Video starten. Auf jeden Fall. Rein da. So. Let's go. Frisch ist neues, heiß wie's am Hals, ist am glänzen. Straight from der Straße, denn ich flow wie'n Phantom. Brandneue Rolli-Day-Day-Date aus Wempe. Komm ich in den Club, ist Rassur bis zum Ende. Digger, oh hey. Booyaka, Booyaka, Werbe mit 13 schon Mufasa-Wee. Oh hey. Luis, der Dongdada, wenn du es willst, Baby. Halla, Halla. Alle meine Jungs sind am flippen. Alle meine Chicks sind am tripen. Wenn der Bi ballert, dann gib ihm. Wir drehen alle durch. Mach mal Krach in der Sitzis. Es gibt am Block einen neuen Baba. Hautfarbe, schön Schokolade. Bretter mit Hits, deine Boxen, sie fallen auseinander. Jetzt ist alles egal, deine Nerven sind schon Gaga. Ja, Manuelsen kommt richtig krass rein. Auf jeden Fall. Aber, aber Lil Louis für 13 Jahre. Manuelsen sagt das ja vorwiegend. Wer war Mufasa schon wie Louis mit 13 so alt? Digger. Ja. Brutal. Brutal. Also für 13 Jahre alt, da können sich so einige erwachsene Rapper was von abschneiden. Ich weiß. Aber sowas von, aber sowas von. Krank. Auch seine Präsenz im Video. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich bin gespannt, was aus dem Jungen noch wird. Auf jeden Fall. Da muss man dranbleiben. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber Manuelsens Einstieg war auch richtig, richtig. Ja. Vor allem ab dem Whale. Richtig nice. Ja, genau. Das war richtig nice. Saftig, saftig. Ja. Ich würde sagen, wir hören saftig weiter. Saftig weiter. Auf mich gern diesen Kauschmerz. Dreh mal noch lauter. Es geht keinen Stopp jetzt. Heute dreh ich. Tüsch ich. Raste aus. Ich bin ein Pau. Richtig neues, heiß ist am Hals, ist am Glänzen. Straight from der Straße, denn ich blow wie ein Phantom. Brand neue Rolli-Day-Day-Date aus Tempo. Komm ich in den Club, ist Rassur bis zum Ende. Dicke, oh hey, booyaka, booyaka, wer wär mit 13 schon Mufasa wie, oh hey, Louis der Donner, wenn du es willst, baby, holla, holla. Alle meine Jungs flexen Todes. Alle meine Chicks sind auf Modus. Alle auf Action sind Liddy. Wir drehen alle durch, werd Legende wie Vicky. Blackout, ich seh keinen von euch mehr. Tunnelblick, Kopf ist leer. Ich spit wie ne AK, ich loff nicht mehr. Raza und Raza und Raza, ich bock zu sehr. Heftiger Junge, heftiger Junge. Scheiß heftig. Ganz ehrlich, wenn der jetzt älter wird und seine Stimmfarbe noch dunkler wird, weil in den höher gerappten Passagen könnte man meinen, dass es eine Frau rappt. Ja, ja. Das hat mich halt sehr an Eunique erinnert, an den höheren Passagen. Genau, genau. Genau, so. Weil jetzt, okay, jetzt, er ist 13. Dagegen kann man noch nichts sagen, er ist 13. Und wie gesagt, die Skills, die er da an den Tag bringt, pfff, Dega, Dega, ganz anders. Da können wenig deutsche Rapper mithalten. Nein, auf gar keinen Fall. Und der Typ ist 13. Der ist 13, überleg mal. Der ist 13 und bringt so ein Ding aufs Paket, so als seinen ersten Song. Ja, ja, ja. Krasse Nummer auf jeden Fall. Feature mit Manuelzen, gut. Okay, ich kann verstehen, warum Manuelzen den gefeatured hat, aber das ist fresher, fresher, fresher Sound. Fresher Sound. Wenn ihr genauso begeistert seid von dem Jungen wie wir, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über eure Meinung. Und ich denke, du auch. Ja, auf jeden Fall. Du auch. Aber ohne Scheiß, Manuelzen, Zuck, die Parts von dem, das ist abrissiger. Das ist, boah. Krasser, krasser Song. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erst mal weiterhören, würde ich sagen. So, weiter, weiter, los. Combat-Flows, tödliche Kombos. Gib mir die Krone, ich frage nicht, Bronzo. König im Schatten, du siehst uns nicht kommen. Undercover, keinen kommen. Flüssig, neues, heißes am Hals, ist am Glänzen. Straight from der Straße, denn ich flow wie ein Phantom. Brandneue Rolli-Day-Date aus Pemper. Komm ich in den Club, bis Rassur, bis zum Ende. Digga, oh, eh. Booyaka, Booyaka, Weber mit 13, Schumbu, Fassaw, eh. Louis, der Dondada, wenn du es willst, Baby, holla, holla, uh. Erst mal runterkomme, lehne mich zurück und atme. Kraft ist weg, bin müde. Von dem ganzen Stress jetzt warte. Aggressionen, guter. Griff, ja, alles wieder top. Mach bitte da, ich will was sehen, wenn der Beat jetzt stoppt. Zwischig neues, heißes am Hals, ist am... Auch richtig krass. Mit einem komplett neuen Flow. Ich glaube, der Junge ist bei Manuelsen auch gesigned unter König im Schatten. Hat der ja gerade so... Ja, ja, ja. Aber Manuelsen hat vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder zwei, hat er mal auf Instagram gemeint, dass er noch einen einzigen Künstler nach oben bringen möchte. Nur noch einen einzigen. Und die Leute sollen ihm jetzt keine Demos schicken oder sonst was. So einen Künstler findet man nicht auf dem Weg. Und jetzt kommt das. Ich denke, er hat seinen Künstler gefunden. Ich glaube, er hat wirklich seinen Künstler gefunden. Und vor allem ist es ein Künstler, der sehr jung ist. Das heißt, er wird ihn sicher noch sehr lange begleiten. Ja. So, wenn er jetzt 13 ist, sagen wir mal bis 20, 7 Jahre. Das ist eine lange Zeit. So, und... Oder auch nur bis 18, 5 Jahre. So, das ist eine sehr lange Zeit. Wo Manuelsen noch sehr viel aus ihm rausholen kann. Manuelsen ist ja auch ein begnadeter Künstler, so. Und ich hoffe einfach, dass wir noch sehr viel von dem Jungen hören. Ich hoffe es auch. Ist auf jeden Fall ein krasses Talent, der Typ. Krasses Talent. Wirklich kompletter Abriss. Kompletter Abriss von beiden, so. Ja, komplett. Und natürlich muss dieser Song in meine Playlist rein. Natürlich. So, die Playlist ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Spotify. Checkt die auf jeden Fall aus. Sehr nice, der Songstore zu finden. Und wenn ihr schon dabei seid, checkt auf jeden Fall unsere Instagram-Profile aus. Auch unten in der Videobeschreibung. Und was ihr auch noch da unten findet, sind unsere anderen YouTube-Kanäle. Auf jeden Fall draufgehen. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ihr werdet es nicht bereuen. So. Und ich würde sagen, wir hören weiter. Genau, Eigenwerbung Ende. Wir genießen weiter. Los geht's. Alarm, Alarm, Alarm. Niggas, sie schlagen Alarm. Baby, Alarm. Alarm, Alarm. Schicks, sie schlagen Alarm. Hey. Also, auch der Beat bitter, bitterbös. Bitterböser Beat. Ja, also generell ein heftiger Song. Ein heftiger neuer Künstler. Ja. So, ich bin geplättet. Wenn ihr auch geplättet seid, dann checkt auf jeden Fall die Videos über uns ab. Einleitung, äh, Überleitung ist da, wie immer. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Macht's gut.